Wir fliegen um eine halbe Stunde nach Düsseldorf und da gibt es dann die volle Kanne, also richtig volle Kanne. Es war total toll bei volle Kanne. Jetzt haben wir richtig knapp geschafft. Jetzt sind wir wieder unterwegs nach Berlin zu der Probe. Wo haben wir die nächste Art der Kampfstunde? In Berlin. Wo in Berlin? Im Märkischzentrum. Märkischzentrum. Das freut mich schon. Ich kann nur zwei Stunden schlafen. Kann ich? Eine. Ich bin sehr müde. Wir sind ja schon um 4.30 Uhr aufgestanden, aber ich glaube, das habe ich schon erwähnt. Wir machen jetzt nochmal Probe für Tschöte die Mare und wir steigen jetzt in den Lift ein.